Von der Position, wo ich gestanden bin, das sind ja, glaube ich, 10, 15 Meter gewesen, bis an dem Zug vorbei in Dalu rein. Und dann noch Waffenwechsel. Oh, Knechti, du wirst traurig sein, aber ich hatte noch 150 Punkte übrig. Mein gelber Balken war noch richtig groß. Das kann man auch falsch verstehen. Ja, deswegen sage ich es. Aloi. Aloi, Aloi, Aloi. Das kann man falsch verstehen. Ein gelber Balken ist ja nur ein gelber Balken. Ja. Er sagt ja, dass man das kann, nicht, dass man das wird. Aber jetzt, wo man es sagt, ist es automatisch direkt doppeldeutsch, ohne dass man das immer nachgedacht hat. Ja, da, von uns zu Nervensägenhausen würden sie mal an die Seite gehen. Nö. Will man eigentlich, wenn man ein Leuchtturm hier runterspringt? Aloi ist ja eingeschwächt, wenn wir gleich böse sind, machen wir den fertig. Ja. Kannst du nicht. Nein. Mach mal. Nein. Schubst du wieder mit dem Neustrad? Nein. Komm dazu. Nein. Nein. Das ist ja. Nein. Das ist ja. Nein. 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 Soll schnell kannst du gar nicht reagieren. Ich hätte gleich die Kugel in alle Richtungen. Kann ich mit Ihnen über Gott und die Welt reden? Gerne. Ich bin der Einzige, der geschossen hat. Das ist aber jetzt wild. Holy shit. Was ist da passiert? Was habt ihr da unten getan? Ich hab mir das Spektakel angeguckt. Ich hab mir das Spektakel angeguckt. Schreng einfach jeden um, der zu mir kommt. Dann ist die Welt in Ordnung. Hilfe, Sie mir bitte, bitte. Das ist Knechtus. Was? Und Schmegus. Knechti und Schmegi. Lebt noch ein Inno? Ja. Ja, es lebt noch ein Traitor. Warte mal. Es reden echt verdammt wenige nur noch. Es sind ja schon sehr viele tot. Ich hab niemand gesehen, die Runde. Ja, wenn man schießt, wenigstens auf Smegi, dann sind wir schon mal gut dabei. Wenn ich jemanden sehen will, würde ich schießen, aber... Ja, Dalo ist Zombie-Maker übrigens. Stimmt nicht. Nee, warum müssen wir denn gerade ein Zombie entgegenkommen? Ja, weil irgendjemand anderes Necromancer ist. Das klingt logisch. Ach, Maru ist auch noch da. Ja. Maru, Knechti, Dalo. Es wurde gepuncht. Ja, wenn das gehört hat, guck mal her, dann könntest du das Team wechseln. Ich hab ein HP. Äh, okay, dann vielleicht. Also ich hab wirklich ein HP gerade. Ich weiß nicht, ob ich weit laufen kann. Ich hab wirklich ein HP gerade. Also, donk. Ah! Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020